Wir haben, glaube ich, ein Booster-Pack von Schwert und Schild. Vimax, Climax. Soweit ich weiß, eins der, oder sogar das beliebteste Pack. Die erste Karte ist schon mal voll am Glitzern. Nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Binidee. Ariados, okay. Oha, das Glurak ist ja mal mega. Guckt euch das mal an. Das ist voll cool. Das ist mega. Das ist richtig cool. Was habe ich noch? Elektroball. Elektroball. Sehr cool. Oh, ich will die gar nicht anfassen. Und? Okay, Corona-Spa. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Allerfall, guckt euch das mal an. Wow.